Unter Anwendungskompetenzen versteht man die Nutzung digitaler Geräte als Werkzeuge für den Schulalltag. Das sind zunächst die klassischen Office-Anwendungen, Textverarbeitung, Präsentation und Tabellenkalkulation. Ob du nun die weitverbreiteten Produkte von Microsoft verwendest oder Alternativen von anderen Anbietern, die Grundkonzepte sind immer die gleichen. Im Schulalltag hat aber auch Multimedia eine grosse Bedeutung. Das Aufnehmen und die elementare Bearbeitung von Fotos, Videos und Audiodateien gehören genauso zu den Grundkompetenzen wie das Zusammenführen in einer Präsentation oder einem multimedialen E-Book sowie das Teilen mit einer anderen Person. Und dann ist da noch die Informationskompetenz, die sich nicht nur darin erschöpft, sich gezielt durchs Netz bewegen zu können und den Browser effizient zu nutzen, sondern auch die Informationsqualität beurteilen, um Fake News erkennen zu können. Darüber hinaus gibt es diverse Tools und Arbeitstechniken, die du für die Bewältigung des immer komplexer werdenden Arbeitsalltags benötigst, von der Kalender-App bis zur Schüleradministrationssoftware. Natürlich beginnt bei den Anwendungskompetenzen keine Lehrperson bei Null. Dennoch gibt es möglicherweise Techniken, mit denen du effizienter und zielgerichteter arbeiten kannst. Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Zu den Basics der Textverarbeitung gehört, dass du ein Dokument einheitlich und ansprechend gestalten kannst. Bilder und Textfelder kannst du so einfügen, dass sie vom Text umflossen werden. Deine Texte kannst du mit Tabellen und Tabulatoren strukturieren und mit Fuss- und Kopfzeilen ergänzen. Formatvorlagen erlauben dir, das Dokument einheitlich zu formatieren und bei Bedarf auch automatisch ein Inhaltsverzeichnis zu erzeugen. Wo siehst du für dich den Bedarf bei den Anwendungskompetenzen?